Gerner macht Yvonne in der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, nach Durchsicht der Unterlagen darauf aufmerksam, dass die Ausgaben für die Wareneinsatze des Kiezkaufs in den letzten Jahren immer weiter angestiegen sind, bei stagnierenden Einnahmen. Wir sind eh schon teurer als der Discounter um die Ecke. Das kann sich bald keiner mehr leisten, erklärt sie ihrem Mann die Preispolitik des Kleines Ladens und wird dafür müde belächelt. Es ehrt euch, aber die Inflation trifft euch ganz genauso. So, doch große Gewinne sind für Yvonne nicht wichtig. Vielmehr wurmt es sie, dass der Professor ihren Job im Kiezkauf nicht recht ernst zu nehmen scheint. Dennoch spricht sie mit Michi über ein eventuelles Anheben der Preise für die Lebensmittel. Der lehnt jedoch ab. Das sind ja ganz neue Töne. Du sagst doch immer, wir zocken keinen ab. Kleine Preise. Großes Herz. Du wolltest sogar T-Shirts damit drucken lassen. Dafür hat er einen Plan, wie sie den Kiezkauf zumindest temporär lukrativer machen könnten. Als er auf der Straße den Jubel von Fußballfans hört, kommt er auf die Idee, die EM-Welle mitzureiten. Im schwebt eine Sonderaktion vor. Heute sind wir mal die Kapitalisten, und sein Plan ist viel Versprechen. Ein Wodka 4 Euro, und zwei Wodka 3 Euro. Dafür verdoppeln wir die Preise für die Bockwürste und die Frick. Dummerweise versuchen gegenüber auch John und Eric Kohle mit dem Fußballfieber zu machen. Die beiden müssen mit ansehen, wie Yvonne ihr Public Viewing Event im Mauerwerk mit dem Ausschank von Billigbier im Kiezkauf sabotiert. Ist das Bier vom LKW gefallen? Warum pisst du uns denn so an den Karren? Beschwert sich Eric. Doch Yvonne die lässt ihn eiskalt abblitzen und macht sich damit erbitterte Feinde. Was ist denn, Jungs? Obwohl John und Eric den Angriff mit Freibier kontern, müssen sie sich in diesen Duell geschlagen geben. Und Gerna ist beeindruckt. Du hast die Marktlücke erkannt und ausgenutzt. Chapeau!